Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal ScorpionPlays Und weil ich hier langsam schon die Beta im Anmarsch höre Habe ich natürlich schon ultimativ Bock drauf Call of Duty zu zocken Ja, da musste ich leider jetzt zu Black Ops 4 greifen Ich meine, ich mag das Spiel so, naja, ich werde dazu gleich noch was sagen Auf jeden Fall, Freunde, ich habe so Bock auf die Beta, deswegen wird es wieder mehr gezockt Ich werde gleich auch erklären, warum ich nicht so viel gezockt habe Auf jeden Fall geht es jetzt weiter mit dem Video, viel Spaß dabei, sind coole Runden geworden, let's go Okay, Freunde, ich muss ehrlich sagen, ich habe es schon Hardcore vermisst zu zocken Alter, es war halt so, Fortnite ging gar nicht mehr seit Season 9 Fand ich komplett schlecht und ich konnte auch kein Black Ops 4 so richtig zocken Ich habe die ersten zwei Monate einfach zu viel gespielt und dann war die Luft raus Aber jetzt auch durch Animosity und so hat man natürlich schon wieder Bock Und auch die 100er Prezi Kappe hat man natürlich auch Bock wieder voll durchzustarten Und deswegen machen wir das Ganze jetzt auch mit Wettrüsten hier Gucken wir mal, oh oh, das ist schon eine Sweaty Lobby, Alter Oh mein Gott, Ehre genommen Das Ding ist, die kriegen hier so schnell ihre Streaks Alter, wie die da hinten rumliegen, ach du Scheiße Reicht es für Ikia wenigstens? Nicht mal wahrscheinlich, wa? Okay, erstmal durchrushen jetzt Hier müssen wir schnell in den Spawn, komm, okay, gut Bitteschön So, mein Aim ist natürlich gerade nicht vorhanden Deswegen muss ich das erstmal wieder Hui Okay, die spawnen da hinten Schnell durch Ah, Drohne haben wir auch Nice, haben wir auch, come on Sind immer noch hier gespawnt What the hell Spawnt immer noch hier Müssen wir nachladen Einer ist hier noch Ist der oben? Einer ist oben Habt ihr den? Ja, okay, nice, nice, nice Okay So, kurz vor Streaks, Freunde Kurz vor Streaks Erster Versuch hier Okay, wir müssen Wir müssen hier auf jeden Fall Erstmal entspannen Wir müssen erstmal kurz chillen, Leute Ich glaube, wir müssen erstmal diese Titan aufheben Auch nochmal sicher Okay, verdammt Ich muss hier rauskommen Okay, wir haben ein Geschütz Das hilft natürlich schon mal Das Geschütz wallbangt auch einfach Alles klar, Digga So, erstmal die Titan raus Oh mein Gott, Alter Wieso ist das so anstrengend? Oh mein Gott Okay, ich hab alle Streaks Ich hab alle Streaks Come on Okay, erstmal Einsatzteam holen Hubschrauber holen Nice Okay, guter Anfang, Freunde Ich hab's nicht verlernt Wo sind die denn? Hab ich überhaupt noch Gegner? Ah, er campt natürlich auf der Treppe Wie der letzte Knecht Hallöchen Hier oben ist auch noch jemand Jawohl, schön Schöner Quad-Feed hier Komm her, Bruder Ja, Drohne ist wieder da Also bis jetzt passt der Modus gut zu mir Ich weiß nicht, ob die nochmal hier spawnen Okay, die Streaks rasten komplett aus Wir gucken am Ende mal, wie viele Kills wir haben Okay, alle sind hier drin Okay, wir haben gleich wieder Streaks Erstmal nachladen Okay Ich weiß nicht, wo die Gegner sind, Alter Die laufen so komisch Was ist denn das hier? Hab ich überhaupt noch Gegner? Zwei sind halt angeblich hier oben drin Okay, wir versuchen den neuen Streaks Nein Oh mein Gott Ein Millimeter fehlt zu den nächsten Streaks Unlucky, Mann Hätte ich nochmal gut abgehen können Schade Ich glaube, hier kommt noch einer So, jetzt wird das noch ein bisschen hier mit der Sense rasiert, Freunde Na komm, Bruder Danke Da ist keiner mehr Was? Wie weit weg tötet die einen denn noch? Ich spawn jetzt eh wieder hier Ich kann schon mal hier gucken gehen Mann, wenn ich Aim hätte Das wäre so geil Aber ich meine Ich habe halt absolut keine Hände mehr Ich muss die Hände erstmal wieder wachsen lassen Kommt eh hier jetzt? 3, 2, 1 Digga Die sind die ganze Zeit irgendwelchen Häusern am Campen, ey Junge, Junge Oh Gott Teammate, kannst du den vielleicht mal holen oder ist das nicht möglich? Junge, Alter, ich bin so angestrengt Na immerhin 39,5, Alter Es ging am Anfang echt ein bisschen mehr ab Die Lobby ist aber auch echt lecker, Mann Okay, jetzt bin ich mal gespannt mit welcher Szene Also gut, mach dein Ding Die Szene war so broke, Alter Guck mal, wie ich den hier dropshotte Haha, so richtig überfordert Achso, jetzt habe ich den noch weggehauen hier unten, stimmt Oh Gott Naja Leute, ich glaube, ich gründe die Hände für Marcel Petition Also in die Kommentare schreiben Hände für Marcel Damit ich vor der Beta meine Hände noch wieder finde Ich kann nicht meine Leiter hochklettern Da fängt es schon an, Freunde Bitte, bitte nicht Tu es mir nicht an Komm da einfach rein Nein, hinlegen, blockiert Oh Gott Gib mir Hände, bitte Mann, ich bleib hängen, Alter Wie in der siebten Klasse, wo ich fast hängen geblieben bin Ich habe es noch geschafft, Mann Ich habe ein Referat gehalten Wer kennt den Trick? Da ist einer Wenn ich den Stopp Es reicht Ich bin eh wieder da unten Kann ich eh schon mal pre-aim Kommt eh von da War so klar, Digga War auch klar, dass ich jede Kugel veraime Ey Leute, ich habe die letzten Tage Tote Mädchen Lügen nicht zu Ende geguckt Na, ich bin psychisch komplett am Ende Ich meine es ehrlich, ich bin content am Ende, Freunde Es war so dramatisch Ist nichts für den kleinen Marcel, ehrlich Genauso wie es nichts für mich ist, anscheinend hier einen Gegner zu finden Ja, immerhin kaputt gemacht Die Scheiße da von ihm Jetzt mal Drohne raus Hier, zack Guck mal, wie Hab dich, Bruder Wieso hocke ich mich eigentlich hin auf einmal in jedem Gunfight? Dass wir jetzt hier richtig eklig liegen Ja, Mann, den holen wir uns Aber der hat mehr Leben Der ist so schlecht Ich will nur den Heli haben Mehr will ich doch gar nicht Warte doch auf mich Mann Das hätte so viel Ikea sein können Das hätte so viel Ikea sein können Lull Ich habe keine Munition mehr Geil Seine Waffe ist wenigstens runtergefallen Okay Wo ist der Typ? Ich will den Heli haben Immer noch nicht Heli Wollt ihr mich verarschen? Ja, jetzt habe ich es Okay, gut So, erstmal Einsatzteam und Heli raus Wo bist du hier? Wo seid ihr denn? Ja, natürlich Kommt er mit einem Scheiß Dart, Alter Ja, Heli Jetzt baller rein die Scheiße da, Mann Ja, hau rein Immerhin die Streaks bekommen, ey Ich wusste, du wirst da kommen Ist noch einer Ich muss hier weg Ja, nein Oh mein Gott Oh mein Gott Die Lineupen Perfekt, Alter Das hätte so ein heftiger Feed werden können Wie die sich hingestellt haben, ey Das ist noch einer Die sind so schlecht Nein, der andere holt mich Boah, Alter Wie kann man hier abgehen in dem Modus? Geile Scheiße, Alter Nein, da ist noch einer Nein, da war noch einer Oh mein Gott Ey, das ist so lächerlich Ich könnte so viele Kills in dieser Runde machen Kommt der jetzt an? Kommt der hier Ist sie über mir? Ah, rechts von mir Okay Zwei sind hier oben Ich brauche echt Hände, Freunde Irgendwer muss mir Hände bestellen Okay, die Streak hat gerade mal Alles weggeklatscht, was hier Okay, die spawnen alle da Das ist so lächerlich Dass der Typ mich kriegt, ne? Mit einer Shotgun of Jungle Willst du mich komplett verarschen? Alter, ich hätte hier so viele Kills haben können Wenn ich Streak nicht Alter Alles Unsterbliche, ich sag's euch Wieso haben die alle so viel Leben? Die spielen alle Ist diese Weste wieder gut, oder was? Wir haben eh gerade alle Streaks der Welt online Deswegen Wo ist der Typ? Junge Herr Oh, wäre das krank gewesen Boah, ich würde die Lobby so gerne behalten In so einer Lobby macht COD-Spielen so Spaß Ich würde niemals wieder was anderes machen Wenn ich immer solche Lobbys hätte Na du Tryhard Kappa Ich hab 10 Tode, Mann Ey Na, alle tot Oh mein Gott Das war so schlecht Ich spawne die jetzt hier Was? Okay Boah, Alter Problem ist, gleich kommen die Streaks von den Gegnern Ich sag's eine Sekunde später, Digga Oh, ist das lächerlich Ist das lächerlich Ich hab mir einfach so einen Thrasher aus der Kiste geholt Ist das lächerliches Glück Oh, ein Kill noch für alle Streaks Komm, Streaks, mach mal jetzt Arbeit Aha, sehr schön So, Heli raus Oh mein Gott, ist das so lächerliches Glück Oh mein Gott, perfekt Ach, Freunde Ach, Freunde Einfach nur durch das Kistenglück Ich hab alle Streaks Ich muss da rein in die Mitte Damit die da sich nicht verpissen Okay, ich krieg die Streaks gleich vielleicht wieder Ah, Einsatzteam ist auch noch unterwegs Ich hab wieder Streaks Aha Boah, ist das lächerliches Glück Alles durch diese eine Sache ist es jetzt entstanden Aber echt mal wieder geil zu sweaten, Alter Also richtig zu sweaten, Mann Das hab ich echt viel zu lange nicht Mal gucken, wie ich veraime Ich bin so schlecht What? Jetzt geiern die Helis Guckt euch diese Ehrenmänner an Die auf die Streaks schießen Oh mein Gott Diese Lobby ist so schmackhaft So schmackhaft Oh mein Gott Ist das lecker 45,6 Ach, Freunde Ah Mann, oh Mann Ist das schön Hier auch nochmal schön die letzte Endszene Weil es einfach nochmal Es einfach so schön war Mann, oh Mann, oh Mann Gut, Freunde Also, wenn euch das Video gefallen hat Waren ja ein paar stabile Runden Dann lass gerne ein Like da Abonniert mich für mehr Und wir sehen uns dann ja Die nächsten Tage wieder mit weiteren Videos Haut rein Bis dahin und Ciao, ciao Ciao, ciao